Schlagerschnuckel Florian Silbereisen scheint diese eine Promi-Dame besonders ins Herz geschlossen zu haben. Nein, diesmal ist es nicht Frohnatur Beatrice Egli, 35, die dem Schlagerstar Florian Silbereisen, 42, ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Auch eine andere TV-Star scheint Flores größter Fan zu sein. Nämlich niemand Geringeres als kam Dinamonika Grober, 52. Erfahre, was es mit dem lustigen Flirt auf sich hat. Florian Silbereisen Monika Grober, hier geriet sie ins Schwärmen. Ich sag es ja immer, der Flori, das wär ein Mann für dich, zitiert Monika Grober ihre Mutter vor dem Publikum des Schlagerbohr im Open Air am 8. Juni in Kitzbühel. Oha! Macht die Kabarettistin-Gastgeber Flori etwa avancen? Nein, natürlich nicht. Dennoch sorgte die schöne Blondine für eine lustige Comedy-Einlage, die nicht nur die Zuschauer und Stars wie Andrea Berg, 58, Howard Carpendale, 78, und Ben Zocker, 40, vor Ort zum Lachen brachte. Auch Florian Silbereisen selbst konnte sich das Lachen nicht verkneifen, wie der Express berichtet. Aber eins nach dem anderen. Viele Fans waren überrascht, als bekannt gegeben wurde, dass Monika Grober beim Schlagerbohr im Auftreten sollte. Schließlich verabschiedete sie sich erst kürzlich von der Bühne. Zudem wurde skeptisch gemunkelt, ob die Schauspielerin und Kabarettistin auch in das Schlagerformat passt. Denn mit der Schlager- und Musikwelt habe sie bislang eher wenig zu tun gehabt, so auch das Magazin Merkur. Allen Zweiflern zum Trotz hält Monika Grober die Lachmuskeln aller ordentlich auf Trab und sorgt mit ihrem charmanten Auftritt für eine Tollstimmung. Monika Grober sorgt für ausgelassenes Gelächter bei Florian Silbereisen. Im österreichischen Kitzbühel beginnt Monika Grober ihren Auftritt mit den Worten Ihr habt alles. Ihr habt die Berge, ihr habt Mozart, ihr habt Tafelspitz mit Apfelmus, ihr habt Andreas Gabalier. Wir Deutschen, was haben wir? Wir haben die mecklenburgische Seenplatte, Dosen Ravioli und die Tabolen. Wir haben nichts, nichts. Plötzlich flirtet die deutsche Schauspielerin los. Es stimmt nicht, wir haben Florian Silbereisen. Seit 20 Jahren erfreut er uns im Fernsehen. Und legt nach Wahnsinn, wie der mit Anfang 40 aussieht. Der Gastgeber sei wie ein frisch eingestellter Yogalarer in einem Wellnessressort zwischen dem Königssee und dem Indischen Ozean. Mit dem würde jeder von uns gerne mal an der Bar einen Detox-Smoothie zürzeln. Spätestens als die Kabarettistin Ex-Freundin Helene Fischer erwähnt, kann sich Florian Silbereisen vor Lachen nicht mehr halten. Meine Mama hat gesagt, gekocht hat die nie was für den Flori, schau mal, wie dünn der ist. Vielleicht mag er jetzt mal eine hässliche, die ihn dafür ein bisschen verwöhnt.